So, nochmal die Mission vom letzten Mal, ich werde aber das System überspringen. Und zwar gibt es dann immer noch so Zusatzherausforderungen, wie ich gesehen habe. Und zwar, ich mache jetzt ein paar davon, ich werde aber nicht alle davon auch hochladen. Zu dieser Mission gibt es noch die Mission, den Auftrag, das als Wachmann verkleidet zu machen, mit einer Pistole. Und das fand ich ziemlich einfach, deswegen werde ich das jetzt hier machen. Ähm, aber wie gesagt, das wird jetzt ein kürzeres Video, weil ich weiß ja schon, was ich machen muss. Und, ähm, danach wird direkt das nächste Video hochgeladen, wo es zur nächsten Mission geht. So, komm hier hin. Kamera immer links, die finde ich besser. So, jetzt gehen wir als Wachmann verkleidet eben hoch, knallen den ab und gut ist. Ja, ich brauche euch ja nicht belauschen, ich kenne ja schon den Auftrag. Aber was ist Pistole? Ist das jetzt die Laute oder ist das die Leise? Hm, ich hoffe, es ist die Leise. Nein, neue Gelegenheit brauche ich auch nicht. Ich gehe jetzt direkt da hoch, erschieße den und gut ist, oder? Ich müsste doch eigentlich da reinkommen als Wachmann. Aber warte mal, ich will mal eben gucken. Das da ist eine Pistole und das ist auch eine Pistole, okay. Kommt der jetzt nicht hier runter? Hallo, da war eine Münze. Ah. 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 Okay. Ach, der weiß, dass ich hier nicht hin darf. Okay, das wird tiki. Dann wird es ja doch schwieriger als gedacht. Okay, ich muss ihn da unten töten. Leider muss ich dich töten. Okay, ich muss ihn da unten töten. Okay, ich muss ihn da unten töten. Oh, voll schwer. Ja. Hold it right. Okay, ich muss ihn da unten töten. Man, 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 man. Wo ist er denn jetzt? Das war ja schon nicht Idiot. Oh. Habe ich das jetzt nicht geschafft? Ich müsste das ja jetzt mit extra geschafft haben. Ah, habe ich. Okay. Ich dachte, ich hätte das jetzt nicht mit extra geschafft. So, dann haben wir die Mission erfüllt. Das, was ich wollte. Hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Ich habe es nicht gecheckt, dass das der Typ schon war. Ja, wenn man ein bisschen doof ist. Ja. Und, ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Mission. Wie gesagt, Sachen, die ich einfach finde, mache ich. Aber ich werde sie nicht immer hochladen. Aber ich werde das hier mit einem anderen Video zusammen hochladen dann. Alles klar. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.